Ich fange einfach sieben Minuten früher an. Laut. Ich denke Anfangssequenz und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Tai Chi-artiges noch machen. Erst mal loslegen, erst mal Anfangssequenz, ich muss auch sehen, ob die Kamera einigermaßen stimmt. Ich glaube, ich habe meinen Tonkasten eine Etage zu tief. Es spannt, ist der Sender. Es schütteln auf der Stelle, rütteln auf der Stelle, Fußsohlen kleben auf der Erde. Impuls kommt aus der Wade, alles andere spüren. Bin ich nach vorne, nach hinten, links, rechts? Bin ich in einem Lot ungefähr? Das ist ja auch nicht zu Ende. Sondern es ist ja immer wieder neu. Aber das ist schon, man sieht, das ist schon alles. Also das ist schon all mein Gerüttel, was ich heute brauche. Mal schon zum Chi-wecken über. Mal schon zum Chi-wecken über. Mal schon zum Chi-wecken über. Mal schon zum Chi-wecken. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das macht wirklich Sinn, bei sich zu bleiben. Ihr kennt die Übung schon, hoffentlich, sonst schaut sie nach auf YouTube, bei den vorherigen Twitch Stream ist es auch drin. Ich kann auch den Jungen da jetzt nicht einschätzen. Ich kann auch den Jungen da 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 nicht einschätzen. Ich weiß nicht, dass dort schon gut ein guter Zeit ist, um mich zu kümmern. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so kümmern kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke für die Anfangssequenz, jetzt muss ich noch was trinken kurz und gucken, ob ihr was beschrieben habt, nein, ok, alles klar, einen Schluck darf ich trinken.